So Leute, willkommen zu endlich mal wieder einem neuen Let's Battle. Diesmal wieder im Pokémon Bronze Turnier Nr. 5. Und ich habe diesmal einen Gast mitgemacht. Mich! Hallo! Hallöchen! Und wir werden uns endlich auf die Mütze geben. Das hoffe ich auch. Und nun ja. Jetzt mögen die Spiele beginnen. Ich glaube wir sind in Gruppe F, ne? Der letzten Gruppe. Ja. Da, glaube ich, weiß man schon, was man da erwarten darf. Und wir fangen an. Und ich wundere nicht, ich werde zwischen den Kämpfen immer so ein paar kleine Cuts setzen, weil sonst das Spiel aus irgendwelchen Gründen bläht. Und dann sehen wir uns gleich wieder im Kampf. Und da sind wir auch schon, direkt im ersten Kampf. Glaube ich. Ja, ich glaube auch. Aber es ist wirklich so, dass in den ersten Runden meistens immer die schnellen Charaktere spielen werden, oder? Also ich habe jetzt, ich habe, das ist jetzt mein drittes Turbo Turnier und immer fangen die Leute mit ihren schnellen Charakteren an. Naja, außer, wenn Ninja spiele ich gar keine schnellen Charaktere. Ja, gut. Es sei denn natürlich, man spielt überhaupt keine schnellen Charaktere. Richtig. Verdammt. Und erwartet jetzt nicht von uns, dass wir großartig viel reden werden, weil wir werden uns natürlich auf den Kampf konzentrieren. Hm. Ja, so ein bisschen Failkampf muss ja auch mal sein, ne? Die Leute müssen ja auch irgendwo, also vor allen Dingen die Teilnehmer, müssen ja auch irgendwo zwei Typen haben, wo sie sagen können, boah, das war ja der totale Lappenkampf. Ich glaube, diese Position sehen wir beide, die das Verein nehmen. Ja, ich glaube auch. Nein! Ach, verdammt. Scheiße. Ich dachte, ich sterbe. Äh. Kein Kommentar. Oh, schöner Treffer. Und nochmal schöner Treffer. Verdammt. Oh, yeah. So ein roter Haar, wenn man hüster macht, nicht aggressiv. Ja, zweckerfüllt. Ja, hier, schön. Mit Granaten. Granaten! Yeah! Okay. Komm, mach mal. Kann hier. Na, komm. Jawoll. Und komm schon! Yes! Yes! Oh, yeah! Dafür ist sie gefürchtet. Oh, yeah! Diese verdammten Laser. Ach ja, schön. Und ich habe tatsächlich eine neue Karte gekauft. Unglaublich! Immerhin etwas. So, dann geht es auf zur zweiten Runde. Hier. Es hat tatsächlich geladen, ohne dass ich die Aufnahme unterbrochen habe. I am begeistert. Sehr episch. Ja. Aber ich denke mal, das wird jetzt nicht mehr funktionieren. Natürlich nicht. Kurz unterbrochen. Äh, doch! Es hat zum... Wow! Wow! Wow, Spiel! Oh, da, ho, 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 ho! Oh, Gott! Oh, wow! Das ist nicht hier gerade... Mann, der Kampfbier! So! Na! Komm, 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 und! Komm! Ah, verdammt! Ich will doch immer schöne und biese Wall-Combos machen. Warum habt ihr alle was dagegen? Ja, das ist aber auch ein gemeines Match-Up. Ich mach mich, Yoko, aber. Bist du hinter meinen Laser gesprungen? Ja! Welche Taste? Aha! Scheiße! Hey, uh! Uh, du! Vululu! Kauderwelsch! Oh, yeah! Und! Yes! Er kommt da angesegelt. Okay, mal gucken, ob mich das Spiel nochmal mag. Das Spiel mag mich nochmal. Ja. Ich bin begeistert, so. Und jetzt... War das nicht irgendwas mit Best of Three? Ähm, nee, so wie ich das verstanden hab, sind... Also, in den Gruppenphasen ist es noch so, dass drei Kämpfe ausgeführt werden müssen. Und jeder Runden-Sieg bringt einen Punkt. Und ich verstehe gerade nicht, warum meine Framerate gerade so experimentiert. Ja, das ist aber gerade wirklich schlimm. Das ist der Hülle. Black screen! Black screen! Okay. Letzte Runde, letzter Kampf, wie auch immer. Und jetzt zwei sehr ähnlichen Charaktären. Hoffnungsweise mal. Was? Na ja... Ich weiß nicht. Findest du nicht? Ich find, die ähneln sich sehr. Ich find, die ähneln sich sehr. Mal abgesehen, dass sie beide rosa sein können und... Na gut, das können ja so gut wie alle Charaktere. Oder? Auf jeden Fall Fiebel. Und... Mein Gott, verdammt! Dieser dumme Feuerball. Ja, der ist cool. Ich liebe diesen Feuerball. Dafür hat sie ja ihren Backflip hier. Oh Gott, da ist nicht mehr viel! Nein, 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 nein! Nein! Warum hat das nicht gereicht? Oh, Spannung hier! Ist ja unglaublich! Oh Gott! Dein Pfund gefahren! Nein, 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 nein! Endlich! Oh, Funjum! Das wär echt... Das war jetzt... Das war so mit die spannendste Runde. Im Ganzen zu dir. Ja, das war sie aus dieser Runde. Oh! Gut, dass ich da noch den Block reinbekommen habe. Ich glaub, sonst hätte ich die Runde Charme nehmen können. Oh nein! Ach, Mann! Warum ist der denn jetzt einfach so richtig gegangen? Oh, Nnnnnnn! Oh, ich hab den Block noch drin! Ich hab gedacht, den hätte ich jetzt nicht drin gehabt. Aber wie viel Hit soll das denn machen, ey? Kommt! Oh, Nnnnn! Das gibt's doch gar nicht. Ich treff nicht mehr! Ah! Verdammt! Hey, zumindest noch die letzte Runde für mich! Unglaublich! Naja! Damit würde ich sagen, das war die erste Runde in der Gruppe F. Mhm! Und es stand 2-1! Für dich! Ja! Mal gucken, ob wir uns wieder treffen, sind ja nur drei Leute in der Gruppe, ne? Ja! Die besten 2 kommen weiter! Gucken wir mal, was draus wird! Wir gucken mal, was draus wird! Wir gucken mal, was draus wird! Und dann würde ich sagen, das war's mit Tohu 12.3! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Reingeraun! Wolltest du noch was sagen? Ähm... Guter als Abschlusswort! Ciao!